so als nächstes befinden wir uns hier am alten fischerhaus das liegt direkt unterhalb vom pferdehof das war so ich meine mein zweites gebäude das sie jemals gebaut habe in dem stil das wäre also wahrscheinlich von 1996 97 also über 20 jahre alt es ist nicht eingerichtet würde auch wenig sinn machen weil es das ziemlich weit hinten steht schauen wir mal so etwas um das gebäude rum hier wäre also der zugang zum oben gelegenen pferdehof dann haben wir jede menge fischerei zubehör auch hinterm haus noch so einiges dann geht es hier noch weiter in den hobbybereich also mit einigen sämerien pflanz geschichten ein bisschen gemalt wird hier noch und zwar der hund dem hund hier dann haben wir hier noch eine sitzecke die sieht man von vorne eigentlich auch kaum sehen ob ich an mein baby drankomme wahrscheinlich eher nicht schade eigentlich das habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen so mache ich euch nachher ein foto und dann haben wir hier noch einen kleinen ausblick wo sich die katzen tummeln und das war es eigentlich auch schon hier hinten haben wir noch ein boot also richtig gut kommen wir da auch nicht dran aber das sieht man dann eigentlich von vorne ganz gut